Unter uns sind drei Verräter. Den hat innern Twitch-Symbol. Oh, Dennis, was ist denn los? Wir haben doch gerade das angefangen. Ist er raus? Bist du ausgeflogen? Ich kommentiere das jetzt nicht. Ist auch noch so viel. Ich bin noch im Game. Aber du kannst, bist aber als Geist. Ich bin tot. Okay. Ich wurde auch getötet. Du hast eine Tötungsanimation gehabt? Gar nicht. Ja, ich hatte eine Tötungsanimation. Aber das geht auch gar nicht zeitlich. Maximal jemand hat, äh, hacked. Davon gehe ich nicht aus. Auf hellblau. Wie skippt man auf hellblau? Das ist das mit diesem Monte Light Blue. Und beschuldigt der, äh, bläblau ohne. Ja. Das ist Sass. Das ist der Sass von ihm. Das ist einfach. Ja, ist es. Punkt. Hab ich mir auch gemerkt. Das kann Sass sein, dass, äh, er die Leute forscht. Ja, okay. Kann aber auch Sass sein, dass, äh, er... Ja, okay. Kann aber auch Sass sein, dass, äh... Oh, Gott sei Dank. Ich bin auch grad angekommen. Wie hörst du meine Anwesenheit? Ich? Oder Rolle? Je nachdem, bei wem du anwesend bist. Je nachdem, bei wem du anwesend bist. Du bist im Klang, musst du nicht fragen. Leichte gefunden. Ich? Millie und Mona. Von Matze gefunden. Ich bin einfach nur... Ein Engel auf Erden, ey. Das stimmt. Man schützt mich doch mal. Da draußen sind Mörder unterwegs. Oh, niemanden gesehen. Hellblau. Warum denn hellblau, Monter? Komm. Eins. Huka Loot. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Aber ne, Stream snipen ist nicht... Aber schön, dass du da bist. Hi. Hi. Er ist ja schon tot. In unserem Stream-Sniper. Lebt da weiter. Oh, Matze. Hast du so schön gesagt? Wir sind wirklich da, Jungs. Ich stelle, dass du da bist. Hi. Tschüss, Monter. Naja, Entschuldigung. Ja. Hat er verdient. Wenn er recht hat, ist es so. Aber ohne Grund. Er hat nicht begründet. Warum? Besser wegen. Weshalb? Das war sein erster Satz vorhin. Ja. Deswegen ja nichts. Komm, jetzt skippen. Keine Chance. Wir können das nicht rausfinden. Hellblau. Hm. Oh, ich habe gerade so oft. Ich habe gerade was gesehen. Hat mit dem Spiel nichts zu tun. Muss ich auch trotzdem mal anmerken gerade. Okay. Hat mit dem Spiel nichts zu tun? Du wüsstest, was ich anmerken will. Rolle bitte auf dem Event killen, gell? Aber lass mich die Tasks noch zum Ende machen, okay? Habe ich mir gerade auf den Sturm gehauen, als ich mir diesen Face-Punkt gegeben habe. Das muss ich machen. gtf? Das ist jetzt nicht dein Ernst? Das ist nicht möglich. Ich habe sieben Zuschauer. Ich bin sprachlos. Was? Ich bin auch gerade sprachlos. Ich kann keinen Notfalltreffen machen. Danke. Danke. Ich, äh, 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 nein. Nein. Das war zu viel. Ich kann nichts mehr sagen. Geht nicht. Äh, äh. Wendest direkt vor mir und behauptest, dann bist du Ingenieur. Hey, überleg mal. Was sollte ich so offensichtlich wenden, wenn ich impf bin? Oh, ihr Deppen. Okay, ich finde... Digga, Leute, Luke, vertraut mir. Kennt ihr so Highlight-Kanäle, also die hier gern so Among Us Highlighten zu hochladen? Nee. Nee, sagt mir jetzt nichts. Das wäre auf jeden Fall gerade ein Highlight gewesen. Je nachdem, dass du, ja, verstehe, was du meinst. Das kann ich aber erst nach der Runde sagen. Ja, aber vorhin bei Cam hat er ein Millie gekäht. Ja, okay, das war klar. Ja, ich... Sorry, ich hatte keine Wahrheit, ich musste das ja sagen. Ich bin hier zurück und habe gesagt, das muss ich machen. Ja. Das war mir klar, was passiert. Ich habe schon wieder Auto. So, sehen Sie gar nichts. Ich habe keine Worte. Sauber Team. Sauberes Team. Gute Runde. Nice. Du Hund. Weißt du... Ach nee, nein. Würde er vor dir einfach offensichtlich wenden, nicht machen. Und du uns sind drei Verräter. Ja, deswegen habe ich es gesagt. Das könnte ja sein. Muss aber nicht. Kann uns einfach hart anlügen. Nee. Also das war... Das war... Nee. Ja. Aber da habe ich auch mal gesehen, wie der Schutzenkling von der anderen Seite funktioniert. Ich habe noch nicht gesehen, wie es ist, wenn ich derjenige bin, der gerettet wird. Und auch das andere noch nicht, aber jetzt habe ich es mal gesehen. Verona ist schon tot. Das ging schnell. Und Kapfrass. Oh, du bist nicht mehr lila? Nee, Hukalo hat es geklaut. Das ist, glaube ich, wenn ich direkt nach der Runde noch ein bisschen in diesem Übersichtsmenü gehe, bevor ich zurück zur Lobby gehe. Dadurch kann jemand anderes mir die Farbe klauen. Ja, danach einfach. Im Flur bei den Camps. Das ist, glaube ich. Das war jetzt mindestens drei, vier Leute geschrieben, das ist ja ehrlich geworden. Ich bin doch nicht Banane. Ich bin da gerade reingerannt, da war keine Sau. Ich war ganz alleine. Du hast doch toll in die Schmerze, du hast das super ausgeschrieben, Matze? Nee, ich habe noch nichts geschrieben. Verrächtig. Das war ich nicht. Nein, Quatsch, war ich nicht. Fick dich doch, ey. Also das ist mein Matze, gib ich dir dazu. Du hast das Handy, ich muss dir mitschicken. Das ist ja geil. Jo, schick mal. Schick mal das Bild, wo da steht, dass du Traitor bist. Du hast ja auch einen roten Namen, Wolle. Ja, aber das kennt man ja schon. Achso, okay. Das passt einfach besser zu meinem Nick, das rote. Matze, wo bist du? Was? Mach dir wieder eng. Wo bist du? Was? Wo bist du? Hier, ich sehe dich nicht. Hier, Camps. Camps, ich bin in Camps. Camps, ja, ja, warte, warte. Warte, warte, warte. Hi. Hey. Ihr könnt wieder richtig reden, Jungs. Ja, los, mach. Hallo. Hallo. Ich habe das Gefühl, der nimmt das Spiel nicht mit dem richtigen Ernst wahr. Es sind hier Leute gestorben. Hä, das verstehe ich nicht. Alina ist dort, Leute. Bitte trauert ein wenig. Camps? Bitte was? Wo ihr beide steht. Also ich stehe auf den Bänden, finden wir zu der ganze Zeit. Ah, ich sehe. Oh, ich sehe richtig so viel nie. Das war's für heute. Dennis? Ja bitte? Bin ich blöd oder? Ja. Ich weiß nicht, das sind beide blöd anscheinend. Aber Luke sagt jetzt auf einmal Police wäre da gewesen und Police war er nicht. Ja eben. Ich hab auch niemanden gesichert, dass ich tanzen müssen. Also ich war nur bei euch kurz mal drinnen. Ja ja, deswegen hab ich ja kurz Heil gesagt gehabt. Das Licht aus war, da bist du so in mir rumgetanzt. Genau, ganz kurz und dann bin ich wieder gegangen. Ja, genau. Da hab ich noch schnell den einen umgebracht und bin gegangen. Aha, ach so, ja dann okay. Dann können wir ja skippen. Hä? Ich bin grad mega lust. Ich auch. Haben wir uns so geirrt? Wir wollen ja die ganze Zeit zusammen. Oh, Dennis du hast noch mehr zu beten. Na geht nicht. Tschüss Matza. Dennis du hast noch mehr zum Spielen. Verdammt! Jetzt? Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich Rolle folgen. Ja. Helfer. Dennis ich mach deinen Schutzengel, okay? Okay. Rolle? Bin ich da, hab Termine. Wo bist du hin? Sag ich's dir nicht. Soll ich dir sagen, der ist woanders. Verdammt! Das seh ihn hier auch in dem Raum nicht. Da kann er nicht hier sein. Scheiße! Ich bin nicht in Camps, das kann ich dir sagen. Ne, da bin ich auch nicht. Vielleicht findest du mich, wenn du deine Quests machst. Solltest du welche haben. Ich hab welche, ja. Ich hab keine mehr. Jetzt schon. Never ever. Na. Ja, ich hab alles erledigt. Schenk's dir. Ja. Warte, schau in meinen Stream. Twitch.tv ist schlechtes Dineroepi. Scheiße. Wir gefunden! Ich hab keine. Ich hab keine. Ich bin in meiner Polizei sicher. Cause ich bin jetzt hier tha MIL! Ach. Polizio! Alter, wollt ihr euch nicht verarschen, ihr könnt, schafft es nicht auf den Knopf zu drücken. Alter, ich bin einmal um die Halbe mitgelaufen. Ich war unten rechts, wo es anging, wieder hochgelaufen. Einmal rum, komplett. Ratatata. 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 Was ist denn hier los, Alter? Nein, ich habe dich verloren. Nein. Um Schuss der Dunkelheit ist abgehauen. Was? Dein Guardian? Auf die Galaxy? Der Guardian auf die Galaxy. Da gibt es auch dieses eine geile Bild, wo dieser Waschbär vor der Tür steht. Heute nach 3 Uhr, statt dieser Waschbär vor der Tür. Dennis hat jemand einen neuen gefunden. Nein. Ich habe mich nicht stalkt, ist alles gut. Ich habe zu tun. Ach du, du bist doch nur näh, weil dich mit Micha nicht so gestalkt hat. Du hast mich ganz schön gestalkt. So, mein Freund, wo bist du hin? Hallo. Lebenskumpel. Liebenskumpel. Wir gehen durch dick und dünn. Er ist dick, ich bin dünn. Ich will nicht mehr, wie ich reagieren soll. Das ist gut. Okay. Okay. Ah, Dennis lebt ja noch. Ich stand gerade, ich weiß nicht, wie lange auf dem Vent in Mad Bay. Mit, ich glaube, Azura und noch irgendeinem. Und ich dann die ganze Zeit mit mir ne und wusste nicht, wie sie reagieren sollen, weil ich einfach nur da stehe. Das war so gut. Was? Mein Türkis? Ja, ich war da, ich hatte keinen Bock zu reporten. War ja so schwer. Alles klar. So, ich habe auch keinen Bock. Oh, so. Hey, mir hat der Cookies getötet. Wird schon auch gar mal räumen. Und Carlo fliegt. Ich hatte keinen Bock zu reporten. Was? Ich hatte keinen Bock zu reporten. Das ist ne geile Aussage. Der ist total dämlich, die Aussage. Dennis, ich bin wieder dein Guardian. I'm being the Guardian of the Galaxy. Is your Guardian? Madson? Alter, was geht denn hier abgerade? Body. Body time. 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 So, wo ist denn? Luke wurde gefunden. Von Cutie Pie. Und Azura ist auch tot. Langsam zerbröselt der Keks. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Mh, Cafeteria. Was? Hashtag Scud Game. Nein, jetzt noch grün. Natürlich. Und, wie ist? Nutzt sich? Hat's ausgemacht. Hey, ich hasse Imposters. So, ich hab Grau noch weglaufen gesehen. Ich hasse Imposter. Also Grau. Mona. Ich hasse Imposter. Wo ist Grau gelaufen? Polizei. Es wird ein Verdacht geäußert. Nehm ich. Punkt. Erst handeln. Erst handeln und dann machen. Erst schießen, dann die Fragen stellen. Richtung Matt Bay. Er ist nicht weiß. Er ist nicht weiß. Er war's. Richtung Antrieb oben. Ne, Antrüb. Das ist nix. Ist ein Antrüb. Der ist nicht ganz rein, der ist trüb. Aber Antrüb. Er ist Antrüb. Nicht auftrüb, sondern Antrüb. Aus trüb er ist Antrüb, ja. Macht mal die Tasche. Macht mal die Tasche. Macht mal die Tasche. Macht mal die Tasche. Gibt's nicht. Geil. Melk mich. Ich bin auch nicht sicher, was Maroon betrifft. Maroon? Maroon 5? Ne, es sind noch fünf Leute, das stimmt. Du kamst aber vom Tatort. Maroon 5 hatten die... War das Payphone? War das von Maroon 5? Keine Ahnung. Ne, was denn? Doch, oder? Ne, mal. Mona. Nein, Mona. Wieso? Du warst doch so jung. Weiß ich nicht, ob du jung warst. Keine Ahnung. Kann es doch 63 sein. Weiß ich nicht, ob sie es vertient wird. Weiß ich nicht, ob sie es vertient wird. Weil sie nicht schweißig war. GT. Mazza. Aber das ist die Grundschrift, ich habe ein... Playphone ist von Maroon 5. Von Maroon 5. Okay?